Das ist wichtig, dass das Pferd sich vorwärts, abwärts drehen. Das bedeutet, dass das Pferd sich in die Tiefe streckt. Der äußere Züge reguliert mit Tempo, der inneren Stellung. Wichtig ist, dass es leichtsinnig Tempo ausfährt. Der hat noch kein Wort heute. Protokopien. Du kannst ruhig hier mal um mich herum um vier Pylone reißen. So, dann nimmst du die Nase, drückst du die Unterhand wieder raus. Im Moment ist es so, dass dein Pferdwrack in die Tiefe ist. Mit der Schulter die Führung übernimmt und die Hinterhand hinterher rennt. Wir hätten gern als Reiter, dass das Pferd von der Hinterhand her geritten wird und wir die Schulter drauf einstellen können. Das bedeutet aber auch nicht, dass du dein äußere Züge zurücknehmen musst und das Pferd mit der Schulter raus halten. Wenn du jetzt aber am inneren Zügel ziehst, ist es ganz schwer für das Pferd raus zu bleiben. Die Idealwerte mit dem äußeren Raufen müssen wir dann nur für die Stellung. Das ist dann jetzt ganz leicht. Du kannst aber immer wieder nah annehmen, dass er nachgibt in die Züge und wieder locker lassen. Und wenn du jetzt die Pferd zusammen möchtest, musst du auch schon mal ein bisschen zu Hause von hinten kommen. Der will alt werden, dass er sich bequem will. Deswegen nennt man den äußeren Führungszug und den inneren den Stellungszug. Inneren bedruckten sich den Schenkel oder auch den Ohren, wenn es sein muss, sodass man später den gar nicht mehr viel braucht. Wenn du einhängst, dann hast du fast keinen Sinn. Im Köln auswählen, wenn es hier einen Köln ist, dann operaet sich nicht mehr. Da muss ich noch ein bisschen mehr vorwärts gehen. Der ist ein bisschen etwas verbrannt. Dann kommt die Vorschung in den Raum im Fernsehen, hier haben wir die Vorgängerinnen und Schenkel. Dann kommt die Vorgänger und den andern der Wärme. Um den Bremsen zu schlafen, um den Bremsen zu schlafen. Zum Schluss wird äußere Züge bremsen. Gleichmäßiger und hat die Bremsen. Das ist der Fall. So was. Nehmen wir Rücksicht auf die Jüngeren. Ah, da ist es wieder passiert. Wir haben den inneren Zügel genommen, gestellt und rausgeschoben. Das ist ein bisschen viel im Moment. Ich stelle schon ein bisschen im Bein, wie ich das gerne hätte. Damit der läuft nicht von hinten nach vorne, sondern der läuft vorne und hat hinten so einen Anhänger, die anderen dahinter. So lange muss ich ihn noch über den äußeren Zügel rausführen. Genau. Ja, jawoll. Sehr gut. Immer zum Nachdenken kommen. Außen dran bleibt immer nach. Das Ganze ist schon vorbereitend aufs einhändigen Reifen. Ja, den Tax wieder finden. Tax kommt. Gleich ist er jetzt gerade in den Tempel. Ja. 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 Die Pferde fährt viel zu weit nach innen, weil immer innen gezogen wird und dann fällt die Schulter nach innen rein und die Pferde fährt wieder her. Also die Schulter vom Reib ist zurück. Die Pferde fährt viel zu weit nach innen, weil die Pferde fährt. Die Pferde fährt viel zu weit nach innen, weil die Pferde fährt. Die Pferde fährt wieder lang, 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 lang und reit trotzdem raus auf den langen Zügel. Die kommen gern zur Mitte rein, da reden wir mal beim Reitlehrer. Die Pferde kennen die Pferde, klar. Wenn du merkst, dass der nach innen zuckt, nur einmal kurz am linken Zügel klack, klack, bis der Kopf platzt, aber am langen Zügel. Schwarz und Weiß reiten, es gibt eine Arbeitsphase und eine Entspannungsphase. Die kommt immer wieder bei einer Arbeitsreitreise, wie mit Wästern reiten. Da ganz viel da drauf bin ich, dass ich jetzt immer wieder diese Entspannungsphase habe. Das ist nicht nur hinzugehen, oder auch wenn wir laufen, dann bleibt es gut. Okay. Das ist eine kleine Pause. Er macht Entspannungsphase. Er macht Entspannungsphase. Er macht Entspannungsphase.